Musik 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 Ja, jetzt melde ich mich auch mal guten Morgen. Zumindest hier an dieser Stelle. Wo das ist eigentlich auch schon eher Mittag fast. Ähm, ja. Ich wollte euch jetzt nochmal erzählen, was heute so ansteht. Bei mir eigentlich nichts besonderes. Bin gerade noch mal einen Kaffee trinken. Und ja, dann heißt es für mich jetzt erstmal komplett ein bisschen aufräumen. Wir sind ja umgezogen. Und wie ihr seht, herrscht hier auch noch ganz viel Chaos. Und ja, da wollte ich euch einfach mal mitnehmen. Und haltet das Restliche, was dann so ansteht, an Hausarbeit. Und ja, wenn man wirklich alleine wohnt, da weiß man, oder halt ausseht von den Eltern, weiß man halt wirklich so, dann, oder merkt man erstmal, was noch so alles dahinter steckt. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich froh, ehrlich gesagt sehr froh. Gerade jetzt in der Woche habe ich noch zwei weitere Tage frei. Und da kann ich erstmal alles im Vordermann bringen. Und ich denke, dann später, wenn ich nur einen Tag frei habe, wird das schon echt hart sich dann da immer darum zu kümmern. Und halt alles soweit fertig zu kriegen und ordentlich zu halten. Weil ja, ich bin ja halt auch nicht nur fünf, sechs Stunden auf Arbeit. Und danach dann immer noch die Lust zu haben, was zu machen. Das stelle ich mir schon echt schwer vor. Aber ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit. Ich trinke jetzt einen Kaffee aus und dann geht's los. Ja, ich werde jetzt erstmal anfangen mit Wäsche waschen. Weil einfach mal die Becken und die Kristen gebaschen werden. Tschüss. So, jetzt würde ich mich am schlimmsten Raum begeben. Hier in der Ecke liegt auch noch Haufen Zeug und da drüber. Aber es liegt halt auch eher daran, da mir noch der Schreibtisch fällt. Die Beine habe ich schon, aber ich brauche noch die Tischplatte. Und da wollte ich halt einen aufs Glas haben. Und ich bin halt gerade noch am Besuchen, ob die eventuell bei Obi oder Horn noch irgendwo gibt. Oder ob ich die halt doch online bestelle. Aber ich bin da halt immer beim Onlinebestand bei solchen empfindlichen Sachen sehr, sehr vorsichtig. Aber ich würde jetzt einfach mal anfangen, den Schreibtisch abzubauen. Und den braucht man nicht mehr, der kann dann runter in den Keller. Und ja, dann kann ich da schon mal ein bisschen geordnet was hinstellen und erzähle ich's nun durcheinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tim- близ So, ein kleiner Zwischenschnitt, seil ich mal ... Ja, ich habe jetzt einfach mal die Schreibtisch recipients eingeordnet, wie ich gerne hätte. Den Schreibtisch stehen. Allerdings ist das halt wieder so eine Sache. Da hinten dann nur ein Online-Z then. Hier das Regal vielleicht stehen lassen und den Schreibtisch weiter nach rechts. too. Und dann ein paar Sachen wie das Bügeleisen, das mach ich dann alles hinter die Tür. Hier muss ich auch nochmal komplett aufräumen, aber hier habe ich mir halt für das Regal ausgedacht, hier wollte ich solche Türen ran machen und damit man die Ordner halt nicht so doll sieht. Und ja, hier gucke ich gleich mal, wo ich den Rest alles hinmache. Und alles was jetzt hier steht, kommt jetzt weg und runter in den Keller. Und dann sieht es ja schon mal relativ gut aus. Die wird es hoffentlich bald langsam mal. So, ich habe jetzt ein paar Bilder geschossen und da werde ich jetzt mich erst mal dran machen. Es ist doch schon 12 Uhr. Ich denke, ich werde erst mal was essen und dann werde ich mich ans Bilderbearbeiten machen, damit ich hier nicht verhungere während der Zeit. Das wäre nicht so toll. So, ja, wir haben das Zimmer soweit heute fertig bekommen. Also zumindest ein bisschen und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt gleich einmal. So, wenn man hier reinkommt, das sieht jetzt immer noch ein bisschen chaotisch aus. Hier unten sind noch, ja, meine Taschen, die ich halt immer im Wechsel benutze, mit einer Arbeitstasche und so, die ich halt in der Freizeit benutze. Da muss ich dann halt mit der Zeit einfach mal sehen, was ich damit mache. Das wird noch mitgenommen. So, und das ist jetzt so der, ja, momentane Stand. Mein Schminktisch. Da werde ich mal sehen. Den Karton werde ich auf jeden Fall weg machen. Und halt den Beutel noch. Dann ist da wieder komplett frei alles. Und ja, was mich ein bisschen stört, ist auf jeden Fall hier der Schminktisch. Irgendwie passt der halt noch nicht so ganz rein. Ich denke auch, ich werde die lilanen Vorhänge nicht für immer und ewig lassen. Ich finde, das macht den Raum auf einmal echt richtig, richtig klein. Durch diese dunklen Vorhänge, die halt so an der Seite jetzt sind. Ja, hier an der Seite steht halt noch mein Regal, wo halt Dokumente drin sind. Aber da wollte ich ja halt noch was davor machen. Ja, da hinten soll dann der Schreibtisch hin. Da gucke ich dann in ein paar Tagen nun endlich mal, ob ich noch irgendwo eine Glasplatte finde, dass das endlich mal fertig wird. Und dann kommt der Schreibtisch auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hierher in die Richtung. Ich denke mal wahrscheinlich auch, dass ich den Schreibtisch weiter nach links hinstelle. Also nicht so weit rechts, sondern so, dass er halt jetzt genau hier mittig steht. Sieht wahrscheinlich einfach schöner aus. Ja, das ist momentan der Stand und da ist nur noch mal Schreibtisch und Computer Kram drin und das kann ich halt schlecht ausräumen ohne einen Schreibtisch. So, ja, das ist jetzt der Stand. Und ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt noch so passiert in den letzten, äh, in den letzten, in den nächsten paar Wochen und ich denke auch noch Monaten. Mein Gott, ich sehe so fertig aus. Weil im Flur für das Regal, da muss ich auch noch ein paar Körbe holen. Also da habe ich ja schon so eine bestimmte Idee gehabt, was ich, wie ich das halt einräumen möchte, weil ich da auch die Schuhe mit reinmache, möchte. Aber Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und ja, jetzt werde ich erstmal noch gucken, was meine Wäsche sagt. Und ja, wenn die schon trocken ist, werde ich die auch gleich mal abnehmen. true. Ich habe einen Ich melde mich jetzt auch erstmal. Hier sieht es gerade total chaotisch aus, weil ich gerade meine Nägel gemacht habe und ich bin noch ein bisschen dabei. Ich lasse gerade den Nagellack noch mal eine Weile trocknen, bevor ich noch mal eine Schicht hoch mache. Und ja, jetzt muss ich erst mal das ganze Chaos hier wieder beseitigen. Ich werde jetzt noch mal ganz schnell den Müll runterbringen und vielleicht noch mal ein, zwei Pappen wegschaffen. Und ja, dann geht es weiter erst mal ans Putzen. Bis zum nächsten Mal. 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 Und zwar... Oh, entschuldigt. Seht ihr das? Ich habe mir überlegt, da hinten erstmal die zu machen. Ja, let's go. Bis zum nächsten Mal. Aber ich wollte euch nochmal zeigen, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ich hatte ja die und die Tür angebaut und die beiden kamen jetzt noch dazu. Und ja, da bin ich halt am überlegen, ob ich halt hier dann noch eine Tür reinmache, hier noch eine Tür reinmache und dann hier zwei Schubläden oder solche Schub einsetze. Also... Ja. Soviel dazu. Ja, und...